Wieso hast du eigentlich mitgemacht? Da fragt man mein Spiegelbild, warum ich mitgemacht habe. Nein, also Real Talk, wieso? Es war ehrlich gesagt jetzt gar nicht mal so dieses körperliche Transformieren, so dass ich jetzt sage, ich will jetzt wieder Bilder posten und flexen und auf Welle machen und hier Bizeps und sowas, sondern es war wirklich so psychisch, menschlich. Ich bin jetzt 36 geworden und das ist so ein Alter, wo man, wenn man jetzt nicht was ändert, dann glaube ich, ändert man gar nichts mehr. Weil dann ist es echt zu schwer, wieder zurückzukommen. Und ich habe das gemerkt, ich habe zwei Jahre einfach nur Vollgas gegeben. Noch nie so schlecht mich ernährt, noch nie so wenig trainiert in meinem gesamten Leben und noch nie so viel getrunken. Ultra viel Party, also klar, es war auch irgendwie so ein bisschen Lockdown-mäßig, man konnte auch nicht so viel machen, aber trotzdem echt viel gesoffen. Dann kamen die ganzen Mallorca-Geschichten dazu, die Videos immer da gedreht, die Auftritte im Megapark und da habe ich mich nicht zurückgehalten, bin ich ganz ehrlich. Normalerweise musst du da hin, du machst deinen Auftritt und fliegst nach Hause, aber wir fliegen einen Tag vorher hin, trinken den Tag schon, trinken an dem Tag, bevor wir den Auftritt machen, wir trinken bei dem Auftritt und nach dem Auftritt und am nächsten Tag nochmal so.